Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal, ihr lieben Werder Bremen-Freunde. Wie wir sehen, das ist Klaus Febri. Dieser Mann gibt nur Florian Kohfeldt die Schuld, dass wir abgeschrieben sind. Aber der Frank Baumann ist nicht schuld, der mit seiner Folter-Transfer-Politik für die Fans ist einfach nicht schuld. Dieser Typ hat versprochen, dass er einen Sechser holt und einen Max-Kurse-Ersatz holt. Aber hat er nicht gemacht und er hat nur noch weitergemacht. Und er wird nicht mal einmal kritisiert, aber Florian Kohfeldt ist ja schuld. An allen. Man hat einfach einen Sündenbock gesucht und gesagt, dass Florian Kohfeldt allein allen schuld ist. Damit das Thema Frank Baumann Entlassung nicht mehr Thema ist. Man hat einfach keine Eier zu sagen, dass Frau Baumann schuld ist an diesem Abstieg. Und so macht ihr unseren Verein kaputt. Ihr könnt ruhig eure Millionen verdienen. Der Verein soll verrecken. Das war's von mir und bis später. Ich glaube, es war's von mir. Aber das war's von mir. Vielen Dank.